Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppengerichtiere da draußen und herzlich willkommen zurück zu dieser 35. Episode Let's Play Motorsport Manager. Ich freue mich wie immer riesig, dass ihr wieder den Weg zurück in unseren Rennstall gefunden habt und ja, lasst uns dann einmal gemeinsam die Nachrichten erstmal abchecken. Wir sehen eben, Rodriguez legt rasendes Tempo im Training vor, heißt er hat die schnellste Rundenzeit beim Training in Guildford, ja, für sich erringen können. Dann gucken wir mal hier in den Fahrzeugzustand rein, wir sehen eben, dass Lissandro Cruz seinen Fahrzeugzustand minus 51% beträgt, während bei Rafael Rodriguez es minus 53% sind. Die Reparaturdauer wird dementsprechend wieder 12 Stunden in Anspruch nehmen. So, dann sehen wir hier einmal das vorübergehende Merkmal, was Rafael Rodriguez durch seinen Sieg ja errungen hat. Das ist eben, ja, das Merkmal Rennsieg, was eben die nächsten zwei Wochen dafür sorgt, dass er plus 15 auf seine Moral erhält. So, dann sehen wir hier einmal den hart erkämpften Sieg für Rodriguez in Guildford und das war wirklich ein Top-Rennen. Also hier hat Rodriguez von der 20. Position aus, musste er ja wie immer starten und hat hier von vornherein ordentlich Druck gemacht, einen nach den anderen überholt und hat sich über das gesamte Rennen, bis er ganz vorne am ersten Platz war, hat er sich mit Strambi wirklich ein interessantes Duell geliefert. Und Strambi, muss man auch sagen, ist wirklich verdient auf dem zweiten Platz dann schlussendlich gelandet. Zu unserem Glück ist sein Teamkollege Tyler, der ja ebenfalls wie Strambi für das Osu-Motorteam fährt, ja, recht früh ausgeschieden, hat eben einen Unfall gebaut, hat sich gegen die Leitplanke mit seinem Auto gesetzt und somit konnten wir natürlich unseren Punkteabstand zum Osu-Motorteam, die momentan auf dem zweiten Platz liegen, noch weiter ausbauen. Und das macht für uns die Teammeisterschaft, ja, so gut wie schon sicher. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hier noch irgendwie, ja, den Aufstieg verpatzen, liebe Schuppen, kriegt ihre, dazu haben wir einfach die, ja, die ersten sieben Rennen dieser Saison einfach ein zu herausragende Ergebnisse eingefahren. So, dann wollen wir uns auch einmal den Scouting-Report anschauen. Wir sehen eben hier, dass Amy McCloud gescoutet wurde und wir gucken mal rein. Und sie ist eben 20 Jahre alt, hat aber leider ein sehr begrenztes Potenzial mit dreieinhalb Sternen, also für uns nicht wirklich interessant. Dann hat sie noch eben, wir gucken uns noch einmal kurz gemeinsam diese dauerhaften Merkmale an. Sie hat eben einmal das Merkmal hässlich, das heißt, ihre Marktfähigkeit liegt bei, oder bekommt einen Malus von 30 Punkten. Und dann hat sie den anderen, noch ein anderes Merkmal, nämlich geborene Anführerin. Dieses ist schon wesentlich interessanter, denn das bedeutet, sobald sie in einem Rennen auf dem ersten Platz fährt, erhält sie auf all ihre Werte nochmal plus zwei. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass Rodriguez dieses Merkmal hätte, dann wäre das natürlich ziemlich cool, denn das würde bedeuten, sobald Rodriguez auf der ersten Position ist, fährt er nochmal besser, als er es sowieso schon tun würde. Gut, aber dann hätten wir das hier alles einmal komplett durch, da wir sowieso auf die Fahrzeugreparatur warten müssen, hätte ich einfach gesagt, lassen wir einmal die Zeit erstmal weiterlaufen. So, und da sehen wir auch schon, die Reparatur wurde abgeschlossen, das heißt, wir können uns jetzt einmal der Teileverbesserung widmen. Ein neues Teil würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal nicht, denn wir haben ja gesagt, wir wollen Geld sparen. Und dann gucken wir einmal, was wir hier tun können. Gut, einerseits, klar, die Zuverlässigkeit hier vom Getriebe und vom Motor würde ich jetzt erstmal bei belassen, dass ich das weiterentwickeln kann, denn das sind beides Teile, die Cruise in seinem Fahrzeug hat. Und wir wissen ja, liebe Schunkrichtiere, Moment, hier hat sich gerade das Tooltip immer wieder dazwischen geklemmt. So, und wir wissen ja, dass der super Überholmodus, den eben Cruise nutzen kann, dass der wirklich sehr stark auf die Zuverlässigkeit der Teile sich auswirkt, also dass die Zuverlässigkeit sehr schnell absinkt. Und dann wäre es natürlich super, wenn wir 100% hätten, denn dann hätten wir einfach einen größeren Puffer und könnten diesen super Überholmodus eben noch länger aktiv lassen, ohne dabei in Schwierigkeiten zu geraten. Und was die Leistungsverbesserung angeht, würde ich auch sagen, warten wir einfach, dass eben die Aufhängung hier einmal und das Getriebe eben ebenfalls, ja, den Maximalwert erreichen. Und mehr müssen wir im Prinzip hier für den Moment zumindest mal nicht einstellen. Dann würde ich sagen, wir drücken wieder auf Weiter und lassen hier wieder die Zeit ablaufen. Da sehen wir schon, dass der Asia Pacific Super Cup bald wieder, ja, aussimuliert werden muss. Allerdings vorher bekommen wir erstmal ein paar neue Nachrichten und zwar immer mehr Gerüchte um den Ausstieg von Claudia Dreifuß. Okay, offenbar will Claudia Dreifuß das Team Octane Racing verlassen zum Ende der Saison. Oder interessiert uns jetzt erstmal nicht so sehr, denn wir wissen ja, Claudia Dreifuß ist jetzt nicht gerade die überragende Fahrerin. So, dann haben wir noch ein Dilemma hier. Wollen wir mal schauen, um was es sich hier dreht. Und zwar Schlange. Ich frage mich, ob sie bei der nächsten Abstimmung wohl für Punkte für die Top 6 stimmen könnten. Das kann sich durchaus für sie auszahlen, wenn sie verstehen. Okay, ich verstehe, um was es geht. Also es geht darum, dass praktisch die, Moment, wir schauen uns mal kurz in der GMA nach, damit ich mir auch ganz sicher bin, dass ich euch hier keinen Umfug erzähle. Das müsste genau das hier sein. Das bedeutet im Prinzip, würde jetzt also in der nächsten Saison umgestellt werden, dass nicht mehr alle Fahrerpunkte bekommen, sondern tatsächlich nur noch die sechs besten Fahrer, so wie wir es eben auch aus den anderen Rennserien gesehen haben. Und wir werden eben im Prinzip hier gefragt, ob wir das dafür zustimmen könnten. Dann würden wir 250.000 bekommen oder wir enthalten uns und wir bekommen das eben nicht. Ich würde sagen, warum nicht 250.000 geschenkt auf die Kralle, kostet uns eine Stimme sozusagen. Wir haben ja schon fünf auf der hohen Kante. Dann passt das. Ich würde sagen, wir nehmen das. Wir sagen ihm, jo, dann stimmen wir eben dafür, wenn du das möchtest. Und dann kriegen wir eine Viertelmillion auch noch zusätzlich aufs Konto überwiesen. Gut, dann können wir es auch schon wieder weiterlaufen lassen. Und dann wird es jetzt gleich nochmal anhalten. Genau, weil jetzt muss noch die Simulation des Asia Pacific Super Cup stattfinden. Dann können wir uns auch hier gleich einmal angucken. Ja, wie das Rennen zu Ende ging. Und welche Überraschung Kabbald Kante dieses Mal sogar Erste geworden hat. Also dieses Mal wohl ein sehr gutes Rennen gefahren. Und Becker ist tatsächlich nur auf dem 14. Platz gelandet. Ich finde diese Sache allerdings auch nicht allzu schlecht. Denn ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob Becker es schafft, mit seinem Team Boyer Speranza Erster zu bleiben. Denn wenn das ihm gelingt, dann wird er natürlich in der nächsten Saison in die World Motorsport Championship aufsteigen. Und dann wird es für uns unmöglich, Becker abzuwerben. Ich würde aber Becker wirklich sehr gerne abwerben, wenn sich die Möglichkeit dazu irgendwie ergibt. Gut, dann hätten wir das aber auch einmal analysiert. Und dann wäre das auch im Prinzip für uns durch das Thema. Und dann können wir auch schon wieder auf weiter klicken. Denn im Moment ist noch nichts passiert. So, da hat sich gerade die Leistungsverbesserung abgeschlossen, sehe ich. Genau, wir gehen einmal rein. Und dann gucken wir, ob wir hier noch irgendwelche Teile haben. Ja, nämlich die Bremsen, die wir weiter verbessern können. Gut, dann können wir es wieder weiterlaufen lassen. Und dann kommt auch schon das nächste Rennen der World Motorsport Championship. Das wollen wir natürlich auch einmal simulieren lassen. Wobei uns hier natürlich die Ergebnisse im Moment noch nicht so interessieren. Im nächsten Jahr werden sie schon ein bisschen interessanter sein, weil wir uns dann eben angucken können, ja, wie die Klasse über uns so fährt. Und dann auch wahrscheinlich schon mal alle Fahrer dieser Klasse durchscouten werden. Allerdings das Ganze erst in der nächsten Saison, liebe Schumkriegtiere. Dementsprechend würde ich auch hier sagen, drücken wir erstmal auf weiter. Braucht uns erstmal nicht weiter zu interessieren. Und dann können wir auch hier wieder die Zeit vorlaufen lassen. Und sehen, dass hier gleich ein Fahrerscouting abgeschlossen wird. So, dann gucken wir uns das einmal direkt an. Allerdings zuvor haben wir eine Nachricht bezüglich Lissandro Cruz bekommen. Hallo Schlange, ich habe mich für ein Radrennen angemeldet. Ich hoffe, das ist okay. Es ist die Tour auf Lancheshire, keine Ahnung, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und durch das Training dafür bin ich jetzt körperlich so fit wie noch nie. Das wird mir also auch im Cockpit helfen. Dann ist es natürlich absolut genehmigt. Das heißt, er bekommt jetzt für die nächsten 20 Wochen plus 1 auf Fitness und plus 5 auf die Marktfähigkeit. Beides natürlich nützlich für uns. Und da freuen wir uns natürlich drüber. So, dann wollen wir uns auch einmal den Scouting-Report anschauen zu Laura Ingeldu. Und ja, wir sehen, sie ist gar nicht schlecht mit ihren 24 Jahren. Hat auch ein Potenzial von 4 Sternen. Auch die Werte sind eigentlich recht gut insgesamt. Hat dann hier wieder ein paar dauerhafte Merkmale. Die wollen wir uns mal kurz reinziehen. Wir sehen einmal eben, sie ist sympathisch. Das heißt, es verbessert ihre Beziehung zu Mechanikern, zu den Teamkollegen als auch zum Vorsetzenden. Dann hat sie nervige, bessere Hälfte als zweites dauerhaftes Merkmal, was eben die Beziehung zum Mechaniker wiederum um 10 Punkte verschlechtert. Und dann hat sie einmal das Merkmal aggressiv, was dafür sorgt, dass sie im Überholen einfach, ja, 2 Punkte zusätzlich noch drauf bekommt. Gut, aber wirklich interessant ist sie natürlich für unser 1 nicht. Dementsprechend wollen wir jetzt erstmal uns neue Fahrer aussuchen, die wir dann eben, oder beziehungsweise neue Leute, die wir eben scouten können. Also schon Fahrer, die wir eben scouten können für die, ja, für die nächste Saison. Dass wir da eben vorbereitet sind und wissen, was da auf uns zukommt. Und dementsprechend wieder gehen wir einfach alle Fahrer von oben nach unten durch. Hupsala, da wollte ich natürlich nicht hinklicken. Ich wollte eigentlich auf das Button Fahrer-Sichten klicken. So, machen wir einmal. Und dann haben wir wieder zwei neue Fahrer, die wir am scouten sind. Und dann können wir es auch schon wieder weiterlaufen lassen. So, und wir sehen schon, die Reise nach Tondela steht kurz bevor. Es ist nicht mehr lang. Und zwar jetzt sind wir soweit, dass wir im Prinzip uns gleich dann ins Training stürzen können. Und vorher gucken wir noch kurz hier, was abgeht. Ja, wir sehen eben, dass sich die Zuverlässigkeit der Teile komplett verbessert hat. Ich würde sagen, wir können hier jetzt auch noch andere Teile, wie zum Beispiel den Motor von, Entschuldigung, nicht Lissandro Cruz, sondern von Rafael Rodriguez einmal auch noch weiter verbessern. Also nicht, dass wir bisher Probleme damit bekommen hätten. Aber sicherheitshalber machen wir das trotzdem. Und auch einmal das Getriebe. Gut, dann können wir im Prinzip jetzt übergehen zum Training. Natürlich nehmen wir wieder dieses Sponsorangebot, was uns 1,2 Millionen einbringt, wenn wir dritte oder besser werden. Bisher haben wir es immer geschafft und ich wüsste auch nicht, was uns davon abhalten soll, es in dem nächsten Rennen auch wieder hinzubekommen, liebe Schumkrechtiere. Und dann würde ich sagen, lasst uns einmal ins Training rein starten und gucken, dass wir natürlich auch hier unsere Fahrzeuge wieder für das bevorstehende Rennen in Tondela möglichst gut eingestellt und auf die Strecke abgestimmt bekommen. Und somit, dass wir dann auch möglichst weit vorne im Fahrerfeld landen werden. So, und ich bin schon sehr gespannt, muss ich euch ehrlich sagen, wie sich jetzt, ja, in der nächsten Saison das alles entwickeln wird. Dann haben wir eine neue Rennklasse vor uns, wie gesagt, vorausgesetzt natürlich, wir schaffen den Aufstieg. Aber ich habe keinen großen Zweifel daran. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie schwer wir uns tun werden am Anfang der Saison, denn wir werden natürlich mit Abstand eines der wesentlich schlechteren Teams des Asia-Pacific Supercup dann sein, wenn es soweit sein wird. So gut, aber wollen wir uns jetzt erstmal hier um das Training kümmern. Schauen wir uns mal kurz das Wetter an. Okay, sieht nach alles Sonne aus. Kein Wunder, wir sind immerhin auch in Portugal, darf man nicht vergessen. Und dann wollen wir uns einmal um die Konfiguration unserer Fahrzeuge kümmern. So, wir machen wie immer unseren altbewährten Trick. Den Abtrieb würde ich sagen, stellen wir jetzt erstmal auf niedrig. Wir machen auch die Getriebeübersetzung ein bisschen runter. So, und schon sind wir überall an den Rändern des jeweils grünen Balkens. Und dann würde ich sagen, wir nehmen hier, ja, bei Cousy Boy, ja, das ist die Frage, mittlere oder weiche? Nein, wir nehmen natürlich die weichen Reifen. Wir wissen ja, dass wir dieses Jahr die, ich glaube es waren die Cortez-Reifen haben, also die, wo wesentlich resistenter sind oder sich langsamer abnutzen. Dementsprechend ist eigentlich meistens der Sprit der Grund, warum wir in die Box fahren müssen und eben nicht die Reifen. Die würden meistens noch ein paar Runden durchhalten können. So, dann wollen wir hier auch einmal den Abtrieb nach oben schrauben. Moment, wir machen das mal so halb-halb, würde ich sagen. Genau so. Dann wollen wir auch hier einmal, ja, Richtung Beschleunigung gehen. Und wie machen wir es hier? Ich würde auch hier sagen, gehen wir Richtung Untersteuern. Und dann ist die ganze Sache geritzt. So, die Reifenwahl bleibt natürlich bei weichem Moment. Und dann können wir das Ganze auch schon fortsetzen und zum Training übergehen, liebe Schuppenkrichtiere. So, dann wollen wir den beiden gleich sagen, auf, auf, raus aus der Box. Verliert bitte keine Zeit, jede Sekunde im Training ist natürlich kostbar. Wir stellen natürlich auch den Zeitraffer wieder auf Maximum. Und dann werden wir den Fahrern, sobald sie eben auf der Strecke sind und zwar jetzt, auch direkt befehlen, wieder zurückzukommen in die Box, sobald sie eben diese erste Runde abgeschlossen haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht schon jetzt, während der Fahrt, noch ein Feedback bekommen über den Funk. Allerdings ist es auch nicht so wahnsinnig wichtig für uns, ob wir den bekommen oder nicht. Ansonsten, ja, passt es auch so für uns. Das ist eigentlich im Prinzip kein größeres Problem. So, da sind sie auch schon wieder in der Box. Da sehen wir bei, also wir haben jetzt verschiedene Smileys gesehen. Da waren von roten bis grünen eigentlich so ziemlich alles dabei. Wir sind immerhin jetzt bei Rodrigues schon bei einer Balance von 770%. Das reicht im Prinzip auch vollkommen aus für unsere Bedürfnisse. Also in der ersten Runde zumindest. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier einmal den Abtrieb richtig reguliert bekommen. Also so, dass es eben passt für unsere Bedürfnisse. Ich würde sagen, ungefähr so sollte es richtig sein. Dann wollen wir hier auch einmal mit der Getriebeübersetzung mal ein bisschen rumspielen. Und dasselbe gilt natürlich für das Fahrverhalten. Hier müssen wir natürlich mehr Richtung übersteuern gehen. Ich würde jetzt einfach mal so schätzen, ungefähr so. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir lassen Rodrigues genauso jetzt einfach wieder auf die Strecke. Und gucken, was dann dabei rauskommt. So, wir sehen allerdings, dass hier bei Crews wir ein bisschen daneben gegriffen haben. Also kein einziges grünes Smile. Wir sind auch nur bei einer Optimalbalance von 57%. Das ist natürlich nicht wirklich gut. Und wir sehen, dass der Abtrieb auf jeden Fall sehr stark Richtung hoch nachjustiert werden muss. Dann machen wir das einmal komplett. So ungefähr. Genau würde ich sagen, müsste ungefähr, denke ich mal, in dem Bereich liegen, der von Crews eben erwünscht wird. Und dann stellen wir einmal das Fahrverhalten um. Beziehungsweise nein, das Fahrverhalten müsste eigentlich schon sehr nah an das rankommen, was wir eigentlich haben wollen. Ich würde sagen, sogar machen wir so und bei der Getrübeübersetzung gehen wir noch ein bisschen mehr Richtung Höchstgeschwindigkeit. Ungefähr so. Und ich denke, das sollte jetzt eigentlich auch schon ganz gut aussehen. Ein Reifenwahl bleibt natürlich immer die gleiche und dann kann auch Crews direkt wieder aus der Box herauskommen. So, da fährt auch Rodrigues schon los. Wunderbar, so wünschen wir uns das natürlich. Und er fängt hier wieder seine Runden zu drehen. Und wir sagen ihm natürlich, Rodrigues, du musst sofort wieder reinkommen, sobald du diese Runde eben einmal beendet hast. Gar keine Frage. Und dasselbe gilt natürlich auch für Crews. Auch ihm haben wir schon, ja, den Befehl gegeben, in die Box wieder einzufahren, sobald er seine Runde beendet hat. Und dann warten wir jetzt einmal, dass Rodrigues eben seine Runde abgeschlossen hat. Hier werden wir auf jeden Fall von Crews schon mal benachrichtigt, dass die Aerodynamik wesentlich besser ist. Und wir haben ja schon bei Rodrigues gerade gesehen, zwei Supersmiles sind auf jeden Fall mit am Start, nur beim Fahrverhalten. Da hapert es noch ein bisschen. Da müssen wir gucken, was wir verbessern können. Und da sind wir offenbar im Bereich schlecht. Und jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir ja noch weiter nach rechts, müssen wir weiter nach links. Aber tendenziell würde ich davon ausgehen, dass wir uns tatsächlich mehr Richtung übersteuern bewegen müssen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, wir machen mal so. Aber es kommt mir eigentlich nicht so vor, als ob das möglich wäre. Okay, wir versuchen es jetzt erstmal in diese Richtung. Ich glaube aber, dass das nicht sein kann. Also ich kann mir das beim besten Willen irgendwie dann doch nicht ganz vorstellen, dass das richtig sein soll. So, wir machen das mal so. Und dann gucken wir einfach, was dabei rauskommen wird. Aber tendenziell denke ich, dass es doch eher Richtung untersteuern sein müsste. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, liebe Schunkrichtiere. Deswegen lassen wir ihn einfach jetzt so noch eine Runde drehen, den guten Rodrigues. Und da kommt auch schon Kruseboy zurück. Und wir sehen, er hat hier ein Supersmile mitgebracht. Und jeweils zwei, ja, grünes Malz. Also die sind ja auch schon sehr gut. Und dann wollen wir natürlich hier gucken, ob wir das noch perfektioniert bekommen. Also ob wir auch hier noch auf ausgezeichnet kommen bei beiden Werten. Moment, wir schauen uns mal kurz zum Vergleich das vorige an. Okay, das war so. Da waren wir hier. Okay, ich würde einfach versuchen mit dem Radsturz vielleicht so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ja, machen wir mal so. Und vielleicht passt das dann schon. Und dann haben wir vielleicht schon überall, ja, die Supersmiles am Start. Gut, dann kann auch er direkt wieder losfahren, sobald das Auto eben wieder zusammen konfiguriert wurde. So wie wir es eben den Rennmechanikern gerade angewiesen haben. Und dann sagen wir auch beiden wieder hier. Geht bitte sofort wieder in die Box rein, sobald ihr diese Runde hinter euch gebracht habt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt für beide in dieser Runde schon richtig eingestellt bekommen. Denn dann können wir wirklich in der nächsten Runde oder beziehungsweise nach diesem Boxenstopp die zwei fahren lassen. Und versuchen hier ein paar gute Zeiten rauszuholen, um uns einfach mal schon mal so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie läuft es bei uns. Okay, wir haben es schon gesehen, wunderbar, bei Cruz ist alles perfekt eingestellt. 98 Prozent, drei Supersmiles. Hier kann nichts mehr schief gehen bei ihm. Dementsprechend sagen wir ihm, hey, hör zu. Mach einen sechsrunden Stint und dann kannst du direkt wieder aufbrechen. Während es hier offenbar bei Rodrigues eben doch nicht in die Richtung war, die ich am Anfang vermutet hatte, wie wir gesehen haben. Das heißt, wir müssen eben genau wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir verhärten einmal die Aufhängung. Ja, ich würde sagen, ungefähr so. Und dann müsste das ungefähr passen. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die Geschwindigkeitsbalance wieder optimieren. So, jetzt müsste das alles passen. Und dann würde ich eigentlich sagen, ist das schon recht gut. Also, ich vermute, dass das recht gut eingestellt ist. Aber wir lassen ihn sicherheitshalber danach nochmal in die Box gucken, um uns wirklich zu vergewissern, dass es auch wirklich passt. So, dann warten wir mal, dass Rodrigues rausfährt. Und befehlen ihm natürlich dann bitte sofort wieder in die Box zurückzukommen. Schalten wir einmal kurz auf Cruise um. Der müsste gleich seine Outlab beendet haben. Und dann sagen wir ihm, hey, fahr maximal schnell. Upsala, nicht bei Rodrigues. Entschuldigung, natürlich bei Cruisyboy. Und schade, dass man hier nicht schon den super Überholmodus einschalten kann. Sonst könnten wir natürlich noch schneller fahren lassen. So, dann klicken wir wieder auf Rodrigues rüber und warten, dass er eben gleich in die Box reinfährt, damit wir ihn gleich nochmal neu konfigurieren können. Und auch er hat super Smiles bis zum Abwinken. Also, alle drei voll. Das heißt, wir sind auch bei ihm bei 98%. Das heißt auch, er kann jetzt seinen 6-Runden-Stint antreten. Und einfach mal uns zeigen, wie schnell er diese Runden hier zu Ende bringen kann. So, und jetzt können wir gleich gespannt sein. Denn, Moment, wir stellen eigentlich, ach wisst ihr was? Wir stellen schon auch jetzt bei Rodrigues ein. Er soll maximal schnell fahren, zumindest was das Überholen angeht. Soll er schon mal seinen Sprit verblasen. Sprit hat er ja genug dabei. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Mit den Reifen warten wir noch kurz, bis er kurz vor der Ziellinie ist. Kurz bevor die Outlap eben beendet ist. Und zwar würde ich sagen jetzt. Und dann wollen wir uns mal angucken, was unsere beiden Fahrer, ja, für eine Runde fahren. Wir schauen natürlich hier immer auf die Sektorenmarkierung, um einfach zu sehen, ist er schnell unterwegs, ist er nicht schnell unterwegs. Wenn sich hier natürlich, ja, Lila fühlt, ist wunderbar. Das heißt, er ist momentan der Schnellste in diesem Sektor überhaupt gewesen. Wenn er den zweiten Sektor auch noch hinbekommt und das tut er, dann können wir uns eigentlich fast sicher sein, dass er wahrscheinlich die erste Position bekommen wird. Und Kruz hat sogar momentan die schnellste Runde gehabt. Und jetzt wird er wahrscheinlich von Rodrigues überboten werden und so ist es auch. Und hier sehen wir es, Rodrigues und Kruz beide, ja, auf der Pole Position, was die Trainingszeiten angeht. Gut, jetzt wurde Kruz inzwischen von Antonov abgelöst, ist nur noch auf der dritten Position. Aber auch das ist noch mehr als genug, liebe Schuppen, kriegt die Reise. Da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Wir lassen hier Rodrigues noch seine letzte Runde zu Ende fahren und gucken uns dann einmal gleich an. Beziehungsweise nein, er ist eigentlich schon am Ende. Er muss jetzt nur einmal in die Box zurückkommen. Wunderbar. Also auch hier wieder die Einstellung, herausragend sind sie uns gelungen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass beim nächsten Rennen irgendwas schief gehen wird. Es passieren natürlich Eventualitäten, wie zum Beispiel ein Unfall. Aber bis jetzt sind wir davon immer verschont geblieben. Gut, dann wollen wir uns einmal angucken, ob es hier neue Textblöcke gibt für uns. So, hier scheint was Neues zu sein, das habe ich zumindest noch nie gelesen. Ich folge dem Motorsport seit 42 Jahren und habe noch nie jemanden schlechteren gesehen als Hong Liao, ein Witz. Okay, die Saison lief gut für Rafael Rodrigues, das nenne ich Talent. Da hat natürlich Hasip, okay, den Nachnamen kriege ich jetzt nicht ausgesprochen, Lalamuanpoya. Ihr wisst, wen ich meine, ihn hier eben. Ja, da hat er natürlich recht und bei Predator Racing Group lief alles wie am Schnürchen Schlangenzunge, freut sich sicher, wie ein Schneekönig. Nein, natürlich wie ein Schlangenkönig, das wisst ihr ja schon, liebe Schumpfgerichtiere. Und das ist natürlich der Beweis, dass wir diesen Textblock auch schon mal gelesen haben. Gut, in dem Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Wenn ihr das Ganze kommentieren wollt, dann tut das immer gerne. Und wenn ihr mir helfen wollt, ja, dass noch mehr Schuppen kriegt, Tiere den Weg auf oder in unseren Rennstall finden, dann würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn ihr meine Videos teilt. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das ist so flieg, was mir einfach ged religious Ans Delta getan hat, Es ist so ganz Spaß, okay. Wunderschönen Kanal Ver future. Vielen Dank.